Schaltet Survivors aus, Leute, denn das hier ist das echte Leben. Nach einer Kollision sank das Fischerboot, auf dem sie war. Der Kapitän ist wahrscheinlich ertrunken, doch diese unglaubliche junge Frau trieb fast vier Stunden bei Wassertemperaturen von 6 Grad Celsius im Nordatlantik, bevor sie gerettet wurde. Soweit wir wissen, hat noch niemand je zuvor so etwas geschafft, meine Freunde. Die längste Zeit, die ein durchschnittlicher Mensch bei diesen Temperaturen überlebt, sind maximal ein bis zwei Stunden. Sie ist eine inspirierende Überlebenskünstlerin, ein medizinisches Wunder und eine junge Frau, die sehr viel Glück gehabt hat. Er wendet sich mir zu, mit Augen, die voller wohlwollender Bewunderung glänzen. Ich danke Ihnen, dass Sie heute hier sind, Pirio Kasparov. Und nun erzählen Sie uns, was da draußen passiert ist. Mein Hals zieht sich zusammen. Ich möchte am liebsten von der Bühne stürmen. Voller Entsetzen sehe ich ihn stumm und entschuldigend an. Er lässt ein winziges Anzeichen heftigster Verärgerung durchblicken. Ich sage die Wahrheit und weiß, es klingt wie eine Ausflucht. Ich fürchte an besonders viel, kann ich mich nicht mehr erinnern. Übertrieben ungläubig lehnt Jared Jehobez sich zurück. Sie sind von einem sinkenden Boot weggeschwommen und haben Stunden im eiskalten Wasser gepaddelt und waren, wenn ich richtig informiert bin, immer noch bei Bewusstsein, als man sie fand. Sie müssen sich doch an etwas erinnern. Okay, Augen zu und durch. Ich nehme allen Mut zusammen, konzentriere mich, versetze mich zurück in den Moment. Unmittelbar, als hätte sie ein paar Meter von der Bühne entfernt gestanden und auf ihren Auftritt gewartet, erscheint eine breite Wand aus gestreiftem, grauem Wasser über mir, hebt sich, wölbt sich und beginnt zu fallen. Ich halte instinktiv die Luft an. In meinen Ohren ist ein grauenvolles Dröhnen, das so unvorstellbar entsetzlich ist, dass ich mein Leben geben würde, nur damit es aufhört. Anscheinend werde ich blass, denn Jared Jehobez interveniert. Erinnern Sie sich zurück an den Moment kurz vor dem Unglück. Was haben Sie gerade getan? Es fühlte sich an wie... Nun, zuerst stand ich am Heck. Mein Freund, Ned Rizzo. Der Mann, der starb. Er war Familienvater, richtig? Ja. Ich hoffe, dass Noah nicht zuschaut. Ich habe die Ködertaschen der Hummerfallen gefüllt. Es war sehr neblig. Von dort, wo ich stand, konnte ich nur Ned im Ruderhaus sehen. Er hatte eine gelbe Öljacke an. Diese Sachen leuchten so, wissen Sie? Ich schweife ab zu irrelevanten Details, zu allem, was mich davon abhält, nach vorn zu stürzen. Mein Freund, das war ein bisschen zu weinen.